Geh mal in die Kamera gucken. Das muss aber eh das sein eigentlich, oder? Geht's dir? Kalf! Ja, dann machen wir aber eh das noch. So was? Ja. Okay, machen wir mal, wenn du jetzt so. Ja, dann komm! Ey, komm! Komm, komm! Komm, komm! Warte ich denn hier? Ja. Okay, das war schon sehr gut. Kannst du mal so ein bisschen so machen? Ab auf so 15, 20 Sekunden. Okay, kraft mal vielleicht so einen Jett und dann die rechten. Okay, sehr gut. Perfekt. Perfekt. Dann vielleicht noch so ein paar Ausweichbewegungen, wie man mit defensiv ist. Ich versuche mal so ein bisschen, bisschen mehr nach hinten so, als ob du gerade den Megapunkt so ausweichen möchtest. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Einen Augenblick, ich müsste jetzt noch mal eine Lange nachprobieren. Ich bin jetzt noch mal kurz. Ja, ich bin jetzt noch mal kurz. Ich bin jetzt noch mal kurz.